Kamera läuft, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ja so ein Typ, der gerne früh über Dinge informiert, obwohl eigentlich noch nichts umgesetzt wurde. Ich bin ein Mensch, der euch gerne mitnimmt in einen Prozess hinein. Und das Schöne ist, und das ist jetzt wirklich ein Vorteil, auf diesem YouTube-Kanal kriegen das eh nicht viele mit, sondern nur die ganz Eingefleischten. Und genau für euch habe ich jetzt eine Info. Und zwar, seit ein paar Tagen plane und konzipiere ich schon einige Dinge. Und heute Morgen im Team-Meeting habe ich es bekannt gegeben, habe die Entscheidung getroffen. Morgen ist noch mal eine Session dazu, wo man ein bisschen Farbe reindreht in das Ganze. Ich werde jetzt nicht in die Details extrem reingehen können, weil die selbst noch nicht feststehen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass da jetzt bald noch etwas kommen darf, was sich wunderbar mit der Business Bootcamp Academy ergänzt, beziehungsweise nicht nur ergänzt, sondern auch für meine Academy-Teilnehmer. Und die werden zuerst die Möglichkeit haben, davon zu profitieren, wie es da weitergeht. Ich habe mir überlegt, was kann ich da draußen der Community, dem Markt und so weiter noch bieten. Wer wissen will, wie man ein Business aufbaut, von Grund auf, kann dein eigenes Business buchen. Da wird alles erklärt, immer in meinem Style. Okay? Wer wissen will, wie mein persönliches Geschäftsmodell aussieht und wie ich es empfehle, Personal Branding und Social Media, wie man damit rausgeht und Geld verdient. Und das 100.000 Euro im Jahr oder mehr. Wer das wissen will, für den ist die Business Bootcamp Academy. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, noch etwas zu kreieren, zu erschaffen. Ein Coaching-Programm, wo zum Beispiel erklärt wird, wie man auf die Million kommt. Und dann geht es da um Mitarbeitergewinnung, um Automatisierung, um Skalierung. Und ganz ehrlich, das ist ein schönes Thema. Ja, keine Frage. Aber wisst ihr, ich fühle das nicht. Das ist nichts, wo ich jetzt sage, da geht mir voll einer ab. Also ich erkläre das gerne in Mentorings, in Coachings. Wenn ihr Fragen habt, auch für die Academy, wenn die da Fragen dazu haben. Ich erkläre das gerne, aber ich habe keine Lust, ein komplettes Produkt dazu zu erstellen. Es gibt was anderes, wo mir so ein bisschen der Schuh drückt, wo mir wichtig ist, das nach draußen zu teilen. Und für den Weg habe ich mich jetzt entschlossen. Wir werden Ende Mai, Anfang Juni etwas Neues erschaffen, kreieren. In dem Umfang einer Academy, wie ihr es kennt, Business Bootcamp Academy, in dem Paket, ein komplett eigenständiges Produkt. Also es ist nicht Teil der Academy oder sonst irgendwas, was ganz eigenes. Auch aber mit einem großen Umfang wie die Academy. Und da soll es um Dinge gehen, um einen Lebensstil. Ich habe einen Lebensstil, der unterscheidet sich von vielen. Viele Dinge kennt man von dem Lebensstil. Das Ding ist, ich habe dazu richtig viel zu erklären und zu vermitteln. Und ich habe das gemerkt, als ich mich hingesetzt habe, wie viel da zusammenkommt. Und da habe ich gedacht, krass, das passt in kein Videotraining, das passt in kein YouTube-Video. Ich brauche da einfach Tiefe. Da geht es um Alltagsmanagement. Also wie ist mein Lebensstil? Wie kommt es, dass ich immer happy bin, immer eine gute Energie habe, nie sauer bin, mich nicht aufrege, nie krank bin? Woran liegt das so? Das hat mit Alltagsmanagement zu tun. Das hat mit Umfeldmanagement zu tun. Das hat mit Perspektiven zu tun. Wie kommt man in die Adlerperspektive? Wie hält man die Dinge einfach? Das hat damit zu tun, wie füllt man seinen Karma-Stand, der viel wichtiger ist als der Kontostand? Was macht einen wirklich happy? Wie beschützt man seine Leidenschaft? Das gehört alles zur Lebensqualität mit dazu. Das ist ein Lebensstil. Routinen. Ich würde euch gern so viel dazu erklären. Und ich freue mich, ich freue mich auf die Produktion, wirklich. Ich werde jetzt anfangen mit den Performance-Bootcamps in der Bastei, in Berchtesgaden und in Heidelberg. Es gibt drei Performance-Bootcamps, wo ich da schon mal anfangen werde, einiges zu erklären. Aber nicht jeder will ja auch eine Wanderung dabei haben oder wie auch immer oder will es in Videoform mit weiteren Elementen. Und deswegen werden wir dazu was produzieren. Und ich sage es euch, wie es laufen wird, wir werden wie damals, als wir die Academy gelauncht haben, immer am Anfang erstmal ein paar wenige zulassen, dieses Coaching-Programm in Anspruch zu nehmen. Und das wird digital sein, wahrscheinlich auch mit Live-Coachings und so. Das steht alles noch nicht fest. Aber ich bin ein ganz großer Fan des Commitments. Also in dem Moment, wo ich es ausspreche, ist die Umsetzung einfach nochmal so ein Stück näher gekommen. Und das spreche ich ja jetzt hier aus, auch wenn es nur für einen kleinen Kreis ist. Aber wir werden es dann so machen, dass wir vielleicht zu Beginn erst 30, 40 Leute mit reinnehmen. Ich möchte zuerst dann die Academy-Teilnehmer informieren, weil für die ist es in erster Linie gedacht, weil ich mit denen ja auch weitermachen will. Und dann guckt mal, wie viele dabei sind. Dann wird das Programm erstmal geschlossen, ein paar Wochen. Dann wird Feedback gesammelt. Und klar, die, die am Anfang reinkommen, bekommen das viel günstiger. Also die zahlen dann, keine Ahnung, statt 5000 Euro zahlt man dann zweieinhalb oder so. Und dann öffnen wir immer wieder mal phasenweise, bis irgendwann alles rund ist und dann ist es für alle geöffnet. Also genau so, wie es mit der Academy war. Weil es hat sich bewährt, das fühlt sich gut an. Und versteht mich nicht falsch, die Academy bleibt. Also wir haben noch so viel vor mit der Academy. Und ich liebe Business. Ich liebe Business. Aber ich merke ganz einfach, es ist nicht damit getan, wenn ich jetzt in die Academy ein Kapitel reinpacke, Lebensstil und Lebensqualität. Das ist viel zu viel, was ich da zu erklären habe. Und deswegen gibt es was komplett eigenes. Ja. Ich freue mich drauf. Das wird sehr geil. Ich bin schon die ganze Zeit am Planen, am Konzipieren. Es ist so gut. Und wie gesagt, ich werde auf dem Laufen halten. Wenn du diesem Account folgst, kriegst du eh alles mit. Wenn du diesem YouTube-Kanal folgst, kriegst du eh alles mit. Und dann gehörst du vielleicht auch schon zu den Ersten, die dann dabei sind. Jetzt haben wir noch keine interessanten Liste. Ich kann jetzt nicht sagen, schreib mir eine E-Mail, wenn du da informiert werden willst. Jetzt folgt dem Kanal. Sobald wir eine engere Liste haben, weil ich weiß, wie es kommen wird. Ab einem gewissen Zeitpunkt, spätestens wenn wir produzieren, gibt es so zwei, drei Hände voll Menschen, die sagen, Calvin, also 2,5, ich bin dabei, ist mir scheißegal. Ich brauche keine weiteren Infos. Zähl mich da mit rein. Aber der Moment ist jetzt noch nicht da. Also schreit mir nicht. Wartet noch ein bisschen ab. Genießt die Entwicklung. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. In diesem Sinne, Freunde, bis morgen.